Moin! Moin ihr Lieben! Willkommen zurück an diesem wunderschönen Donnerstag zu einer neuen Folge Let's Play Oxygen Not Included. Beim letzten Mal ging es halt übelst ab. Wir haben ja einiges zu tun. Aufräumen bei Ethanol und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt. Ich mache mich klein in der Mitte. Und los geht es. Ach ja, genau. Das wollte ich auch noch machen. Auf Blumito soll ich hier die Pips irgendwie in diese Pflanzen hier reinwerfen. Weil ich hatte gelernt, das will ich noch mal kurz gucken. Pips. Knuddelpips. Einen starken Krüftelinstinkt gegenüber aller Art von Eiern haben. Okay, was machen die denn? Also sie essen auf jeden Fall Fingerhutschilf und machen daraus Erde, was okay ist. Und ein Pip ernährt sich auch von Fingerhutschilf und wird dann wahrscheinlich irgendwann der Knuddelpip. Wie sieht es hier so aus? Wir haben hier sehr viel Stuff, Mehlholz, alles wächst. Wir haben auch sehr viel Plastik inzwischen noch. Naja, auch sehr viel, ne? Aber so weit, so gut. Wie machen wir das denn hier mit den Pips? Ich meine, wir könnten es hier so ein bisschen... machen. Wollen wir hier mal Pips reinpacken? Ich meine, wir könnten ja hier noch einen Filter reinmachen. Ähm, Pip und Pip-Quietcher. Und hier Fingerhutschilf, das wäre... Äh, organisch? Ne, das wäre irgendwie Landwirtschaft? Auch nicht. Wenn das diese Fingerhutschilfsaken... Ne, auch nicht. Oder? Was ist der denn? Ach, die müssen, müssen die so essen? Ja, ne? Die müssen, glaube ich, direkt vom Fingerhutschilf essen, so. Hier quasi. Dann nehmen wir das hier mal alles weg. Ja, wir könnten, wollen wir es mal hier machen, so. Lüfterfrischer, den wir zerlegen. Ähm, dass man sagt, wir machen jetzt hier mal zwei Türen. Und dann bauen wir hier landwirtschaftstechnisch... Äh, 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 äh. Warum ist denn hier Nahrung? Miloponische Farmen. Irgendwie so fünf. Und... Was ist denn eine Gewürzmühle? Gibt... Achso. Zerkleinert Samenkönner und andere Zutaten liefern exzellente Geschmacksverstärke. Oh, das ist ja neu. Okay, aber gut. Dann geht's weiter. Stationen. Machen wir hier eine Pflegestation. Und... Kann man hier auch zieren? Ne, ne? Weiß ich nicht. Machen wir es mal so. Dann brauchen wir noch für Nahrung, äh, ein Teeaussetzer. Und dann brauchen wir noch Sanitär. Ah, hier diese Rohre, ne? Ja. Joa. Ich glaube, machen wir das hier nämlich mal kurz weg. Sanitär. Nehmen wir mal wieder isolierte Rohre. Warum auch nicht? Sandstein. Da. Dann gehen wir das hier nach oben mit einer kleinen Rohrbrücke. Oh, das Keramikding hier scheint zu laufen. Wie sieht es hier oben aus? Hier ist alles voll, aber hier wird weiterhin Keramik geliefert. Hier ist es richtig heiß. Ist das hier so drin? Ich nehme das alles mal weg. Dampf 1000 Gramm. Ist hier alles aus Keramik? Ne, isolierte Gasleitung, Magmatid. Das ist nämlich das Problem. Lüftung, isolierte Gasleitung, Keramik. Kann ich gar nicht bauen. Muss ich jetzt warten, bis wieder mehr da ist. So, ähm, das läuft hier auch. Okay, back to Ludonia. Das war's. Da sind wir jetzt schon hier. Isolieren wir das mal hier so ein bisschen. Ne, wir brauchen ja. Ich glaube, ist das Veredelung? Ne, ne. Ölraffinerie verwandelt in Rohöl. Ne, das ist aber eher so ein... Lomito Toiletten? Funktionieren die nicht? Oha! Ne, funktionieren nicht. Tatsache. Oha, 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 oha. Hier ist genug Water drin. Hier geht Water da rein. Dann geht es hier weiter nach oben. Das Wasser ist natürlich alles mehr oder weniger. Okay, ja, die Toiletten funktionieren jetzt alle nicht. Okay, wir müssen das jetzt hier lösen. Ich muss mal kurz gucken. Das Rohr zerlege ich mal. Das hier? Stimmt, das haben wir hier alles nicht. Ne, das kann... Ach, das kann gar nicht nach unten. Das sollte man dann nicht hier wegbauen, sondern... Da müssen wir nochmal mit Rohr ran. Das muss jetzt mal schnell gehen. Okay. Und jetzt geht das hier alles wieder raus. Sehr schön. Okay, perfekt. So sollte es sein. Uh, Glück gehabt. Und hier unten geht es auch grad nicht weiter, weil es zu ist. Auch geil, ne? Zum Glück habe ich da oben alles gefiltert, damit es jetzt hier einfach... Scheiße da rauskommt echt. Aber okay, wir wollten das hier nur weitermachen. So, die hydroponische Farm. Einstellung übertragen. Und hier bitte alle Pips. Körpertemperatur. Dann geht doch. So, äh, Pips hatte ich jetzt hier irgendwie reingesetzt. Das wollen wir natürlich nicht. Alter Schwede. Das sind aber auch sehr viele Pips. Ist das eigentlich immer noch ein Naturreservat? Ja. So, die Pips kommen jetzt genau. Die kommen jetzt alle da hin. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Pflegestation brauchen. Wir deaktivieren sie mal. So, was haben wir jetzt hier? Wähle eine Blaupause. Oh, such mein Goldherz. Und dann können sie hier schön essen. Den Pip noch einfangen. Gibt es hier noch irgendeinen Pip? Sieht nicht so aus. Dann hätten wir sie alle. So, äh, mit O. Das passt alles. Hier oben, Keramik. Ja, immer noch benutzt. Das wird noch eine Zeit dauern, bis das hier alles safe ist. Und hier, wir sind bei 72 Cloud. Das wird mehr. Jetzt kurz rüber zur Crew Dona, weil da wollen wir ja, äh, hier einiges mal so ein bisschen, äh, Toiletten und so weiter. Ach ja, das ist ja alles scheiße. Also. Wir machen das mal jetzt hier. Das kommt hier alles weg. Das braucht kein Mensch hier. Die Flüsse. Die Flüsse. Diese, diese Dings kommt auch weg. Und hier, ja. So, und dann. Machen wir das hier auch nochmal kurz. Also ich, ja, hier soll das auch hoch. Das ist okay. So, dann nehmen wir das mal hier alles weg. Ja, das hier. Wir nehmen es alles weg. Es ist einfach nur Müll alles hier. Sehr schön. Geht schnell. Dann können wir das alles nochmal neu bauen. Ja, vor allem auch jetzt mit dem Wasser und so weiter. Ne, wo ist es denn beispielsweise wichtig? Hier Toilettenabfluss und so weiter. Das ist auch alles wichtig. Das stimmt. Das können wir jetzt mal kurz wegnehmen. Körpertemperatur ist zu kalt hier. Also müssen wir nicht. Wieso ist denn das hier zu kalt? Weil hier minus 2,8 Grad Ethanol rumflimmert. Ey, das ist natürlich auch nicht geil. Ja, Ethanol können wir nicht wegnehmen. Wir machen das jetzt erstmal kurz mit der Heizung hier. So, dann geht es hier weiter. Nehmen wir auch mal alles weg. Ziehen das alles weg. Flüssigkeitsfilter. Ja, der ganze Tennis. So, hier werden wir das auch alles mal aufnehmen. So, jetzt haben wir hier Wasser. Das ist sehr, sehr wichtig. Hier zum Beispiel ist das Toilettenwasser und so weiter. Das kann ich natürlich entsprechend mit einem Filter lösen. Veredeln. Flüssigkeitsfilter. Einfach mal hier rein. Das ist natürlich die Frage. Müsste ich das so ein bisschen umdrehen, aber okay. Machen wir es jetzt mal so. Das da hin. Sanitär. Das Zeug hier. Da rein. Und das andere da rein. Strom. Beziehungsweise noch ein so ein Flüssigkeitstank. Und gut ist, dass du da so ein bisschen so einen Speicher hast. Und wenn der voll ist, dann kannst du ja auch Automatisierung machen, dass da irgendeiner Sirene losgeht oder was. So, dann Strom. Kabel. Lassen wir mal machen. Jesus. Okay. Eine Sekunde. Entschuldigung. So. Hier geht es weiter mit dem Bauen. Flüssigkeitstanks, das ist ja alles gebaut. Zack, zack, zack. und überall Greizelungen. Alles nicht geil. Hier. Oh, 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 Oh. Was ist hier passiert? Oh, 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 Oh... Oh, Oh, Oh... Oh, 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 Oh. Da ist noch ein Rohr, das kommt weg. Jetzt haben wir das zumindest hier mit dem, das erst mal geregelt. Ich könnte natürlich wie gesagt noch Automatisierung. Ich schläge da mal links auf das Gebäude. Kann man so ein Ding bauen. Wenn das Ding voll ist, kann man melden. Ich hoffe mal das geht, das habe ich so noch nicht probiert. Sendet ein grünes Signal wenn voll. Irgendwie so. Benachrichtigung so. Name Wasser auf Sumpf voll Typ. Ah ja alles ok. Pause und Zoom. Mal sehen. Nicht dass das er jetzt. Seht ihr was? Ne Sand ist noch drin. Sehr schön. Dann nehmen wir das hier auch mal alles weg. So hier unten haben wir Öl. Hier kommen wir gar nicht hin. So das heißt wir werden jetzt hier erstmal isolierte Ziegel nehmen. Das bis nach da ziehen. Dann wird das ja auch alles seinen Weg gehen. So. Erdölvorkommen. So da wollte ich noch mal gucken. Da gibt es ja jetzt. Ich brauche da diese Erdölpumpe. Gott knows wer die ist. Sanitär. Ich glaube Basis. Ne. Transport. Auch nicht. Automatisierung. 100 Pro nicht. Klima. Da. Und da Klima. Himmel. Ölbruch. Extraiert Rohöl unter Verwendung von saurem Wasser. Okay. Hier haben wir das. Da können wir nochmal ein paar Leitern hinbauen. Da sind wir so weg hier. Hier haben wir hier Körpertemperatur. Wie sieht es jetzt hier so aus? 10 Grad zumindest. Wird ein bisschen wärmer. Wie viel brauchen denn diese Dinger hier? Die Mooreimer? 10 bis 30 Grad. Okay. Das ist schon wild. Wohin? Wir machen hier mal so einen Ethanolspeicher in dem Ding. Da gibt es einfach so zwei Ziegel. Pumpe rein. Rohr. Und dann hier Chrom. Dann noch so einen Flaschenendeleerer, der natürlich hier nicht reinpasst. Stabil. So. Das geht dann klar. Hier ist natürlich eine Menge Ethanol. Wollen wir mal gucken, ob das alles hinhaut. Aber wir haben ja genug Manpower hier quasi am Start. Das Ding erzeugt verschmutzten Sauerstoff. Und macht wo raus? Ich glaube auch Plamm, ne? Ach, verschmutzte Erde. Okay. Das Ding kann eigentlich zerlegt werden, weil das hier alles voll dampft. Und dann hoffe ich, kann ich das hier alles mal wegnehmen. Okay. Tier verhungert. Objekt beschädigt. Sollen sie mal bauen. Wo sind denn die anderen? Die hinterher machen. Okay. Hier wird es natürlich übel. Hier sind 48 Grad. Und das hier ist der Versorgungsteleporter Eingang. Und da werden wir dann entsprechend Öl rausnehmen. Wahrscheinlich müssen wir das auch noch mal ein bisschen tiefer graben hier. Ah, perfekt. Jetzt haben wir hier Ethanol. Und auf einmal geht das alles weg. Sehr schön. So, zurück zu Blue Mito. Da sind wir bei 74 Grad. Das ist immer noch nicht super viel. Wo ist eigentlich der Teleporter Ausgang? Da. Kann man ja. Wie machen wir das denn? Flüssigkeitsventil. Ich würde erstmal hier so ein bisschen so ein kleines Becken bauen. Eher hier, ne? Das würde ich aber auch tatsächlich ein bisschen abisolieren wollen. So. Dann Sanitärtechnik. Sanitärtechnik. Sonding. Rohr. Dahin. Flüssigkeitspumpe. Hier hin. So ist ja noch nicht mal das. Sondern mal so eine Handpumpe. So. Jetzt können wir ruhig mal ein bisschen. Bisschen schneller machen. Das läuft auch. Hier siehts gut aus. Das läuft auch. Hier siehts gut aus. Das ist gut aus. Das ist aber gut. Alles schon wieder sauber machen. Perfekt. Perfekt. Und dann haben wir hier. Wollen wir ja Öl reinpacken. Deswegen machen wir hier. Deswegen machen wir hier auch nochmal so ein kleines Ziegelding. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sanitär. Flaschenentärer. Und dann kommen wir hier hin. Mini Flüssigkeitspumpe. Dahin. Rohr. Dahin. Rohr. Rohm. Leiterkabel. So. Dann können wir hier schon mal Öl machen. Dann gehen wir wieder zu Crudona. Crudona. Dann sollte das jetzt so halbwegs. Ah ja. Okay. Lassen wir hier nochmal ein bisschen runter gehen. Brauchen wir natürlich hier auch eine kleine Pumpe. Dann müssen wir auch nochmal hier hin. Das kann man hier ruhig mal wegnehmen. Dann geht das da weg. Dann kann man da rüber. Perfekt. Und hier brauchen wir dann Wasser. Weil ich glaube das nehme ich da weg. Das kommt da hin. Dann baue ich hier nochmal unter Klima. Das ist ja logisch. Den Ölbrunnen hier hin. Okay. Aber es wird wieder gut. Wir bräuchten hier. Wir brauchen auch mal. Also ich meine wir haben Sauerstoff. Aber wir haben halt auch einfach nur Kohlendioxid. Und zwar hier im gesamten unteren Bereich. Insane. Da machen wir dann jetzt mal so einen Veredler hier rein. Das wird alles immer nach unten. Gehen. Okay. Und Sanitär brauchen wir auch nochmal an den Flaschen entfernen. Dann werde ich hier nochmal das wegnehmen. Denke ich. Für. Entsprechend. Mit. Dem. Dings hier. Loptscheiniger. Sollte dann zumindest hier unten ein bisschen besser werden. Sollte dann zumindest hier unten ein bisschen besser werden. Muss man natürlich so ein bisschen primen. Muss man natürlich so ein bisschen primen. sein. Da geht es ja gar nicht gerade. Mal. 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 essen da schon. Hau ein bisschen Erde raus und kriegen immer mehr Knuddelpipa. Ja, okay. By the way, hier nur 7 bitte. Ich meine, da könnte ich ja dann auch Fleisch draus machen. Aber okay, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, denke ich. Hier sieht soweit alles gut aus. 140.000 Kalorien, Barbecue immer noch nicht so viel irgendwie. Hier sieht es hier oben aus. Keramik bitte langsam mehr. Das heißt, wir gucken uns noch mal ganz kurz hier an. Die Leitung ist jetzt komplett aus Keramik. Okay, noch mal. Isolierte Gasleitung, Keramik. Bis hier. Okay. Galileo verhungert? Wieso verhungert Galileo? Kann Nahrung nicht erreichen? Hapsbohne, Graupel Weizenkorn. Ich bin aber zugestoppt mit Wässerung. Okay. Ich habe es wieder nicht. Ich bin so doof, ey. Ja, wir brauchen immer noch einen Flüssigkeitsfilter. Irgendwann zieht er sich hier wahrscheinlich das hier. Naja, dann haben wir ein Problem. Ähm. Wie irgendwo irgendwelche Graupelkörner liegen. Ne, dann muss ich erst mal hier wieder Matschriegel... Ich kann doch nicht mal Matschriegel machen? Doch. Ach, ne, ich will kein Wasser. Weil hier... Ah, ich verstehe. Auf einmal geht wieder alles den Bach runter. Hier ist auch Sumpfmangold. Dann werde ich erst mal versuchen, das hier so zu machen. Natürlich blöd, wenn jetzt hier alle sterben. Und dann mach mal sofort bitte Matschriegel. Kann man sofort essen? Okay, jetzt verungert erstmal keiner mehr. So, und hier... Hier sind irgendwie auch alle Samen drin, ne? Kochzutaten... Hapsbohne, Medizin, okay. Obwohl eigentlich die Samen sind nicht drin. Rausbrötchen. Hau die ruhig raus. Okay, jetzt haben wir das zumindest gerettet. Oh, ich dachte schon. Dann habe ich erwähnt, ein paar Matschriegel noch zum Boot. Dass das hier wieder durchgewachsen ist. Ja, Galileo Lebensmittelvergiftung. Sonst haben sie Stress. Joa. Hier fehlt Wasser. Wenn ich ihm eigentlich sage, Maschine ausgestalten will er. Also kann man ja mal aktivieren. So, Flüssigkeit vor unten. Wasser. Verschmutztes Wasser. Ne. Vielleicht können wir ja das Wasser da rauskriegen. Aber hier wird auf jeden Fall gut gebaut. So, wie sieht es bei Blumido aus? Stimmt, da wollte ich noch die Lüftung machen. Aus isoliert und Keramik. Das war ja quasi ab hier. Und Lüftung. Gasbrücke. Ja, Keramik habe ich jetzt nicht leider. 78 Grad haben wir hier schon drin. Sind wir drin? Ist Rohöl hier schon drin? Oh, geil. Okay, da muss ich noch mal ein paar Matschriegel machen. Was machen die Leute denn hier alle immer? Mehr außer atmen. Oh, er pumpt jetzt hier tatsächlich Rohöl rüber. Und das ist cool. Sehr, sehr geil. Dann kann ich den nämlich hier auf Autoabfüllung setzen. Leute. Ja, 100. Okay. Es kommt so langsam. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Aber schön. Ich mach mal Kupfer zu Kupfer. 10 Mal. Da bin ich mal gespannt. Das will ich noch sehen, Leute. Das will ich noch sehen. Jetzt müssen wir hier ein bisschen verschmutztes Wasser reinpumpen noch. Ob das irgendwie hinhaut. Ich muss jetzt mal so machen. Ja klar. Es ist so übel, diese Extremen. Und hier unten ist... Ich meine, es ist schon mal geil, dass hier ein Erdölvorkum bei minus 23 Grad ist. Wir gucken noch mal, was der Ölbrunnen ist. Extreit Rohöl. Und ja, Anforderungen, Effekt. Rohöl, Wärme. Okay. Kohle müssen wir jetzt auch mal machen. Was macht der denn jetzt hier? Sedimentgesteine. Okay. Okay. Kohle ist drin. Läuft wieder alles. Sehr schön. Hier wird sogar das Wasser aufgenommen. Minus 26 Grad. Irgendwann wird das Kohlen... Bei wie viel Grad wird das flüssig? Bei minus 48? Muss man aufpassen. Das machen die Jungs hier so. Bochen. Bochen. Frostbrötchen. Bochen. Frostbrötchen. Bochen. Sehr schön. Da hat er hier richtig gute Arbeit geleistet. Sehr sehr gut. Und so noch das geiler Stück Kohlenstoffdioxid irgendwie weg. Das läuft hier auch gut. Ist ein bisschen was drin. Okay. Jetzt wird schnell gebaut. Ja. Die rennen halt immer wieder hier hoch um zu atmen. Was ja auch smart ist. Aber... So jetzt mach ich das noch einmal. Sanitär. Rohr. Oh. Und ich wollte kurz gucken. Wie sieht's auf BlueMidow aus? Hat er hier schon irgendwas gemacht? Oh ja. Mal mal nicht Kupfererz. Sondern eins was richtig schockt. Eisen zu Stahl. 20. Null bitte. So Eisen zu stark. Jetzt bin ich mal gespannt. Was macht er jetzt? Stahl hat er gemacht. So jetzt. Gucken wir mal hier. 209 Grad. Ihr seht's ne? 209 Grad. Heftig. Jetzt steigt das aber auf jeden Fall ein bisschen heftiger rein. Da bin ich jetzt mal gespannt. Keramik wird gemacht oben ne? Perfekt. Okay Leute. Das soll es wieder für heute gewesen sein. Noch einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns hoffentlich am Samstag. Erstmal. Aha. Vielleicht natürlich heute Abend beim Stream. Und am Samstag ist Show Your Factory. Faltet ruhig ein. Wir werden wieder einige schöne Fabriken haben. Von daher. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Bis dann. Bye. Tschüss. Bye. Bye.